Der Tod des österreichischen Milliardärs Richard Lugners im Alter von 91 Jahren hat die Geschäftswelt und die österreichische Öffentlichkeit schockiert. Richard Lugners ist ein berühmter Geschäftsmann, nicht nur wegen seiner glanzvollen Karriere, sondern auch wegen seines bewegten Privatlebens mit sechs Ehen, von denen die letzte mit der 42-jährigen Simone Reiländer erst etwa zwei Monate vor seinem Tod stattfand. Sein Tod soll plötzlich eingetreten sein und sich in seinem Haus ereignet haben. Die Ursache wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben. Richard Siegfried Lugners wurde am 11. Oktober 1937 in Wien, der Hauptstadt Österreichs, geboren. Er ist unter dem Spitznamen Mörtel bekannt und einer der erfolgreichsten Unternehmer Österreichs. Bekannt wurde er durch den Betrieb des berühmten Einkaufszentrums Lugner City, das seinen Namen trägt, im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus. Seine Karriere endet nicht nur im Immobiliengeschäft, sondern erstreckt sich auch auf viele andere Bereiche, darunter die Unterhaltungs- und Medienbranche. Die sechs Ehen von Richard Lugners haben in der öffentlichen Meinung für viele Diskussionen und manchmal Kontroversen gesorgt. Seine erste Ehe mit Christine Gemeiner dauerte von 1961 bis 1978. In dieser Zeit begann er seine Karriere aufzubauen und erlebte auch die starke Entwicklung der Immobilienprojekte, an denen er beteiligt war. Nach dem Ende dieser Ehe ging er von 1991 bis 1983 eine zweite Ehe mit Cornelia Laufersweiler ein. Diese Ehe hielt jedoch nicht lange und er heiratete Susanne Dietrich in der Zeit von 1984 bis 1989 erneut. Seine vierte Ehe mit Christina Lugner, die von 1990 bis 2007 dauerte, war eine seiner längsten und gleichzeitig der Höhepunkt seiner Karriere. Christina Lugner begleitete ihn bei vielen wichtigen Ereignissen und die beiden wurden zu einem prominenten Paar der österreichischen Elite. Die größte Aufmerksamkeit erregte jedoch wohl die Ehe mit dem Playboy-Model und der Schauspielerin Kathi Schmitz. Die beiden heirateten 2014, doch nach nur zwei Jahren ging auch diese Ehe in die Brüche. Kathi Schmitz erregte mit ihrem Ruhm und ihrer mutigen Persönlichkeit die Aufmerksamkeit der Medien und die Ehe wurde zu einem heißen Thema in vielen Boulevardzeitungen. Nach der Beendigung seiner Ehe mit Kathi Schmitz blieb Richard Lugners lange Zeit ledig, bevor er zwei Monate vor seinem Tod Simone Reiländer, seine sechste Frau, heiratete. Diese Ehe überraschte viele Menschen, nicht nur wegen des Altersunterschieds, sondern auch wegen ihrer Geschwindigkeit. Der Tod von Richard Lugners hat in den Herzen seiner Verwandten, Freunde und derjenigen, die ihn kannten, große Trauer und Bedauern hinterlassen. Seine Beerdigung wird voraussichtlich so bald wie möglich stattfinden und sicherlich werden viele berühmte Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland anwesend sein. Mit einem Leben voller Höhen und Tiefen, von beruflichen Erfolgen bis hin zu Turbulenzen in seinem Privatleben, hat Richard Lugners einen unauslöschlichen Eindruck in den Herzen der österreichischen Öffentlichkeit und auf der Weltkarte der Wirtschaft hinterlassen. Auch wenn er nicht mehr da ist, werden sein Name und das, was er hinterlassen hat, für immer in der Erinnerung derjenigen weiterleben, die ihn kannten und respektierten. Das Leben von Richard Lugners ist eine Reihe unvergesslicher Ereignisse, nicht nur wegen seiner erfolgreichen Geschäftskarriere, sondern auch wegen seiner komplexen und vielfältigen persönlichen Beziehungen. Er ist nicht nur als Milliardär bekannt, sondern auch eine berühmte Persönlichkeit in der Medien- und Unterhaltungswelt. Seine Ehen, von Christine Gmeiner bis Simone Reiländer, trugen alle dazu bei, trotz seines jungen Alters das Bild eines Geschäftsmannes mit starker Ausstrahlung zu schaffen. Richard Lugners begann seine Karriere in den 1960er Jahren, als er ein junger, aber ehrgeiziger Bauunternehmer war. Mit seiner unermüdlichen Arbeitsmoral und seinem Weitblick entwickelte er sich schnell zu einem der führenden Immobilienentwickler in Wien. Das Lugners City Shopping Center, ein Symbol seines Erfolgs, ist nicht nur ein belebter Einkaufsort, sondern auch Schauplatz zahlreicher Kultur- und Unterhaltungsveranstaltungen, die zahlreiche Einwohner und Touristen anziehen. Sein Leben dreht sich jedoch nicht nur um seine Karriere. Richard Lugners ist auch für seinen verschwenderischen Lebensstil und seine turbulenten Beziehungen bekannt. Seine Heirat mit Christine Gmeiner markierte den Beginn einer Reihe lebenslanger Beziehungen. Jede Ehe bescherte ihm unterschiedliche Erfahrungen, von der Friedlichkeit seiner ersten Ehe mit Christine bis zu den aufregenden und turbulenten Momenten mit Kathi Schmitz. Nach dem Ende seiner Ehe mit Christina Lugner im Jahr 2007 begann für Richard Lugners ein neuer Lebensabschnitt. Er schien auf der Suche nach etwas Neuem zu sein und das führte zur Heirat mit Kathi Schmitz. Die Verbindung zwischen einem reichen, älteren Mann und einer berühmten jungen Frau ist zu einem heißen Thema in den Zeitungen geworden. Obwohl diese Ehe nicht von Dauer war, sorgte sie für großes Aufsehen und festigte das Image von Richard Lugners als Symbol für Luxus und Macht weiter. Sein Leben veränderte sich weiter, als er Simone Reiländer heiratete. Obwohl der Altersunterschied zwischen den beiden riesig ist, beschlossen sie dennoch, zusammenzukommen. Obwohl diese Ehe nur von kurzer Dauer war, bewies sie, dass Richard Lugners auch im Alter ständig auf der Suche nach Liebe und Kameradschaft war. Simone Reiländer, die letzte Frau an seiner Seite, wird sich sicherlich an die gemeinsamen Tage erinnern, auch wenn diese nicht lange dauerten. Der plötzliche Tod von Richard Lugners hinterließ eine große Lücke nicht nur in den Herzen von Familie und Freunden, sondern auch in der Wirtschaft und der österreichischen Öffentlichkeit. Seine Beerdigung wird für alle eine Gelegenheit sein, die Beiträge, die er für das Land geleistet hat, zu würdigen und zu würdigen. Diejenigen, die ihn einmal getroffen haben, werden sich sicherlich für immer an das Bild eines Mannes erinnern, der sein Leben immer in vollen Zügen gelebt hat. Nicht nur in der Arbeit, sondern auch in persönlichen Beziehungen. Das Leben von Richard Lugners kann aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Aber was nicht geleugnet werden kann, ist, dass er ein unvergessliches Leben geführt hat. Ein Leben, bei dem jeder, der zurückblickt, zugeben muss, dass er ein unvergessliches Erbe hinterlassen hat. Obwohl seine Ehen vielleicht nicht glücklich endeten, prägten sie ihn und sein Leben als Mann, der immer auf der Suche nach Liebe und Erfolg war und immer wieder Herausforderungen meisterte, um jeden Moment in vollen Zügen zu genießen. Richard Lugners Karriere begann in der Bau- und Immobilienbranche, wo er sich schnell als talentierter und kluger Geschäftsmann etablierte. Der in Wien geborene und aufgewachsene Richard Lugner verfolgte eine Karriere im Bauingenieurwesen und begann in den 1960er Jahren seine Karriere als Bauunternehmer aufzubauen. Seine anfänglichen Projekte konzentrierten sich hauptsächlich auf den Bau von Häusern und kleinen Bauarbeiten. Aber mit strategischer Weitsicht und effektiven Managementfähigkeiten erweiterte er den Umfang seines Unternehmens schnell. Einer der großen Wendepunkte in Richard Lugners Karriere war der Bau des Einkaufszentrums Lugner City im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus. Lugner City wurde 1990 eröffnet und ist nicht nur ein Handelszentrum, sondern auch ein Symbol seines Erfolgs im Immobilienbereich. Dieses Zentrum hat sich zu einem der belebtesten Einkaufsorte der Stadt entwickelt und zieht täglich tausende von Besuchern an. Neben Einkaufsmöglichkeiten bietet Lugner City auch zahlreiche Kultur- und Unterhaltungsveranstaltungen, die zur Bedeutung dieses Gebiets auf der Stadtkarte beitragen. Richard Lugner beschränkte sich nicht nur auf den Bau und Betrieb von Einkaufszentren, sondern weitete seine Geschäftstätigkeit auch auf viele andere Bereiche aus. Er ist in der Unterhaltungsbranche tätig und lädt insbesondere Hollywoodstars und internationale Berühmtheiten nach Wien ein, um an den von ihm organisierten Veranstaltungen teilzunehmen. Dies stärkte nicht nur seine Stellung in der Gesellschaft, sondern trug auch dazu bei, das Image Wiens weltweit zu fördern. Richard Lugner ist auch für seine Teilnahme an wohltätigen und sozialen Aktivitäten bekannt. Er hat viel für wohltätige Zwecke gespendet und Gemeinschaftsprojekte unterstützt, insbesondere in den Bereichen Bildung und Gesundheit. Sein Unternehmergeist spiegelt sich nicht nur in seiner Fähigkeit, Geld zu verdienen, wieder, sondern auch in seiner sozialen Verantwortung und seinem Wunsch, zur Entwicklung der Gemeinschaft beizutragen. Ein wichtiger Teil seiner Karriere ist die ständige Innovation und die Suche nach neuen Möglichkeiten. Obwohl er viele Erfolge erzielt hat, erweitert Richard Lugner ständig seinen Horizont, investiert ständig in neue Projekte und sucht nach potenziellen Geschäftsmöglichkeiten. Dies hat ihm jahrzehntelang geholfen, seinen Wohlstand zu bewahren und seine Position als einer der Top-Milliardäre Österreichs zu festigen. Allerdings verlief seine Karriere nicht ohne Herausforderungen und Schwierigkeiten. Richard Lugner hat viele Umwälzungen auf den Immobilien- und Geschäftsmärkten erlebt, aber mit Entschlossenheit und Anpassungsfähigkeit hat er diese Herausforderungen gemeistert und seine Karriere weiter ausgebaut. Sein Geist, keine Angst vor Schwierigkeiten zu haben und immer nach Erfolg zu streben, hat viele Generationen junger Unternehmer in Österreich inspiriert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Richard Lugners Karriere eine Reise voller Höhen und Tiefen, aber auch voller Erfolge ist. Vom jungen Bauunternehmer stieg er zum Milliardär und berühmten Geschäftsmann, nicht nur in Österreich. Und jetzt haben sich die Klassen immer gewehrt dagegen, weil sie nämlich gemerkt haben, dass ich hier jetzt Kontrolle ausübe. Also sie haben gemerkt, das Tool gibt mir viel mehr Kontrolle, als ich vorher hatte, weil vorher konnten sie sagen, ich habe ihnen eine Mail geschrieben und sie waren weg und ich konnte, ich musste zuerst nachsehen, ob ich die Mail bekommen habe und dann habe ich gemerkt, der Anhang ist leer oder sowas. Das geht jetzt nicht mehr, weil bei diesem Aufgabentool, das kontrolliert eigentlich für mich, ob das alle rechtzeitig abgegeben haben. Da kann man jetzt nicht mehr irgendwelche Ausreden erzählen und deshalb wollten die Klassen das nicht. Und im Corona-Frühling, da mussten das alle jetzt benutzen, das war Vorgabe von der Schule, das so zu verwenden. Und jetzt wollen alle Klassen, dass man alle Aufgaben, die man überhaupt gibt, dass die bei Teams eingestellt werden. Also auch wenn ich sage, nehmen Sie bitte morgen das Heft mit, das brauchen wir morgen, dann sagen Sie, können Sie das in Teams einstellen. Ich mache nur noch das, was bei Teams steht. Also Sie arbeiten jetzt eigentlich Teams ab und so wirkt sich das dann zurück. Jetzt, das ist ein Detail, die Lernkultur wird viel stärker verändert, nämlich durch die Möglichkeit, solche Anrufe zu tätigen. Wir haben Teams alle, auch auf dem Mobiltelefon, auf dem Laptop, auf dem Tablet. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, so ganz reguläre Videocalls von überall zu machen. Und das löst natürlich die Frage aus, Ja, weshalb brauchen wir überhaupt noch Präsenz, auch im Team selber? Weshalb müssen wir uns zum Beispiel für Sitzungen treffen, wenn wir doch Teams haben und da jetzt einfach diese Sitzungen vereinbaren können? Es löst auch die Frage aus, wozu braucht es eigentlich Schulstunden, in denen wir uns treffen, wenn doch in diesem Beitrags-Chat ich eigentlich ständig mit den Schülerinnen und Schülern kommunizieren kann, auch außerhalb der Präsenz zeigt, dass sich eigentlich dieser Corona-Modus, wo man sagt, wir arbeiten asynchron zusammen, alle arbeiten in ihrem Tempo zu den Zeiten, die für sie günstig sind. Das ist mit Teams absolut problemlos möglich. Und ich als Lehrperson bin immer noch dabei, wenn die Schülerinnen und Schüler arbeiten. Und diese Möglichkeit wird durch das Tool gestärkt und macht jetzt eigentlich alles, was die Schule vorher gemacht hat, kontingent. Das heißt, es ist möglich, es so zu machen im Präsenzunterricht mit Stundenplan, aber Teams zeigt, es ist auch ganz anders möglich. Und da vielleicht noch ein letzter Punkt, benutzen die Schülerinnen und Schüler auch Dinge, von denen wir Lehrpersonen gar nicht gewusst haben, dass die gehen. Also die machen damit Dinge, die gar nicht vorgesehen waren. Und das hat viele Diskussionen ausgelöst bei der Verwaltung von Teams. Da gibt es viele Schulen, die sagen, nein, die Funktion müssen wir einschränken. Das dürfen wir nicht erlauben, dass die Schülerinnen und Schüler beispielsweise eigene Teams eröffnen oder dass sie selber Calls vereinbaren können, dass sie mir Termine in die Agenda schreiben können. Das wäre alles grundsätzlich denkbar, dass sie vielleicht auch selber Aufgaben vergeben dürfen. Also da ändert sich dann das ganze Rollenverhältnis, dadurch, dass sie plötzlich sehen, ah, das wäre eigentlich möglich, dass auch ich mal dem Lehrer eine Aufgabe gebe. Und dann sagen die Kolleginnen und Kollegen, das dürfen sie nicht. Aber vielleicht wäre das die Lernkunde.